Die Idee ist ja, Schwitzensport und sportspezifische Inhalte dazu verknüpfen. Aber am Beispiel der Regatta China eben auch zu gucken, wie Sportkommunikation funktioniert. Heute haben wir schon angefangen. Ihr steht hinter der Kamera, ihr steht vor der Kamera. Wir werden hinterher das Material, was ihr jetzt heute aufgenommen habt, was wir in den nächsten Tagen aufnehmen, was wir nachher auf dem Wasser aufnehmen, aufbereiten. Wir werden gucken, wie man das aufbereitet, wie man das aufbereiten muss für die verschiedenen Medienkanäle. Von daher hoffe ich, dass das im doppelten Sinne spannend ist. Einerseits spannend, eine ganz andere Kultur kennenzulernen, spannend, so einen Wettkampf zu haben gegen Teams aus aller Welt. Aber möglicherweise eben auch spannend von dem Inhalt her, Sportkommunikation. Und wenn man jetzt Richtung Olympia 2024 guckt, ist meinerseits das eins der ganz wesentlichen Bausteine. Nämlich nicht nur zu gucken, wie kann eine Stadt sowas organisieren, sondern wie können auch die Hochschulen der Stadt auf dieses Ziel einzahlen. Wie können die alle gemeinsam auf dieses Ziel zuarbeiten, das am Ende des Tages ist für die Besucher aus aller Welt, aber vor allen Dingen auch für die Hamburger ein tolles Erlebnis werden.